Hallelöchen, liebe Zockerfreunde, liebe allgemeine Freunde, wie auch immer. Heute mal nicht mit Let's Plays beschäftigt, sondern mit einer anderen Art von Spiel, nämlich mit Neo-Kreife. Die meisten wissen bestimmt, was gemeint ist. Beyblades! Da-da! Beyblades! Da-da! Äh, noch mehr Beyblades! Da-da! Ja, heute machen mein Kumpel Matze, den wir alle Matze nennen und ich, Ronissimo, ein kleines Experiment. Wer ist stärker? Neun Beyblades? Ist nicht neu, weg mit dir. Ja, hier, neun Beyblades. Uuuuh, neun. Oder die alten Beyblades. Na, jetzt komm her. Oh, ja, ich bin schlecht. Ja, und zwar haben wir uns noch ein paar Mal. Das sind die goldenen, schlechten Beyblades. Und zwar haben wir beide das uns in Form eines Turniers vorgestellt. Jeder von uns hat fünf Beyblades. Ich spiele mit fünf alten Beyblades, darunter auch zwei Fake Beyblades. Die sind etwas größer. Ich nenne sie Parrot und Hello Kitty. Und mein Kumpel Matze wird antreten mit fünf neuen Beyblades. Zwei gehören neben, drei gehören mir. Hoffentlich klaut er sie mir nämlich. Dann zeige ich ihn an. Ja. Und zwei sind bei mir zusammen gebastelt. Und zwei sind Promenadenmischungen. Ja, und bei Ronny ist auch eins. Bei mir ist nur eine Promenadenmischung. Ja. Nämlich eine Mischung aus zwei... Flambul. Ja, Matze sagst du zuerst. Flambul. Hahaha. Flambul ist bei dem gefakt. Also nicht gefakt, aber... Nicht gefakt, was soll ich sagen. Dann habe ich den hier zusammengestellt, dass da Kesha und Pegasus ist. Und... Ja. Was Kesha und Pegasus ist. So, Ronny, ich gebe wieder zu dir rüber. Du hast noch zwei Beyblades, die du dir vorstellen kannst. Na, Rocky-Own. Oh, Rocky-Own. Und... Counter-Leon. Ratet es. Grottenschlecht, das Vieh. Ja. Und nun stelle ich mal meine fünf Beyblades vor. Gelman. Gelman, eine Aufnahme, eine Aufnahme. Gelman. Dann eine Promenadenmischung zwischen Rollerdefensor und Weiborg. So. Ich habe... Letztens habe ich die von Ronny dreimal zerschrottet. Und ein Teller hat er immer noch nicht gefunden. Das ist so geil. Ja, aber das ist eine andere Geschichte. So, mein drittes Beyblade. Wing Attacker. Rottenschlecht, das Ding. Hab ja auch schon zum Ballert. Und meine zwei Fakes. Hello Kitty, Beyblade und Parrot. Hab ich mit Pegasus besiegt. Und das gehört zu den schlechtesten Bey. Ich empfehle euch, Old Dragon, nicht zu kaufen, weil es das schlechteste Bey ist, was es gibt. Ja, dann fangen wir auch gleich mal mit dem Tynia an. Ich komme nicht zu kaufen. Okay. So. Ich hoffe, man sieht genug. Wenn nicht, ist es euer Problem, nicht meins. Äh. Ja. Ich probiere mal was, was nicht funktioniert. Was ein bisschen funktioniert. Ähm. Ja. Wir müssen mal kurz die Kamera weglegen. Kurz. Seht und staunt, Space Stadium steht da oben auf dem Schild. So. Wir laden unsere Beyblades. Und ich werde anfangen mit meinem Parrot. Äh. Und ich mit meinem Stormcatcher. Beyblades, die man schon einmal verwendet hat, darf man im späteren Verlauf nicht mehr verwenden. Außer sie haben gewonnen. Dann kommen sie in die nächste Runde. Dann kommen sie in den Topf. Wo sie gekocht wird. Nein, kommen sie nicht, Papa. Ab und zu wird er sich auch mal einmischen. Er wird seltsame Kommentare von sich geben. Einfach überhören. Okay. Oder auch nicht, ja. Fangen wir gleich mal an. Wenn wir gestartet haben, wird die Kamera sofort wieder umgeschwenkt. Oder auch nicht. 3, 2, 1, let it go. Ja. Voll weggefickt, Alter. Ja, weiter. Äh, mein Stormcatcher ist weiter. Äh, nur für diejenigen, die es nicht mitgekriegt haben. Mein Beyblade wurde nur hier herangeschleidert. Boom, 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 boom. Das Ding ist trotzdem schlecht in der Auslau, aber saugut in der Angriff. Okay. Loser, Winner. Die Winner kommen auf den Stuhl. Wenn man das Stuhl nennen kann. Äh. Ja. Gut, die guten Töpfchen, die guten Töpfchen, die guten Töpfchen. Wie geht das? Ja, so ungefähr. Okay. Dann das nächste Beyblade. Beyblade. Matze, welches wirst du diesmal benutzen? Ähm. Das grüne. Counter-Leon. Counter-Leon. Oh, oh, oh. Okay, dann benutze ich Hello Kitty. Okay. Drei, zwei, eins, let it rip. Ein sauberer Start. Alter, geht das ab. Ja, komm, komm, der Leon. Los, Hello Kitty. Ja, mein Gott, der Leon. How it's wrong, oh, oh, oh. Ha, sie ist ja noch gewonnen. Blöds. Matze, Matze. Du sitzt genau im Licht. Gehm, um. Und jetzt hört man wenigstens was von der Welt und sehen erst recht. Okay, nächstes Beyblade. Da meine Fakes, jetzt wechseln, kommen die Richtigen. Zwei Beyblades haben von Ihnen schon gewonnen. Das darf nicht sein. Diesmal werde ich nehmen meine Promenade-Mischung. Das sieht aus wie meine Promenade-Mischung. Ha, ha, ha. Okay. Drei, zwei, eins, let it. Ich soll aussehen wie eine Promenade-Mischung. Ich, der hübscheste Kerl von Bayern-Leberkuchen. Bayern-Lebkuchen, so. Keine Berührung. Berührt euch, ich will euch Bubz sehen. Okay, wieder einmal verloren. Ich, Matze gewonnen. Was für ein Angeber. Okay, als nächstes werde ich verwenden. Mein Wing Attacker. Was für ein Stecker. Kein Stecker. Dann stecke ich dir mal einen, aber durch die Nase. Ich will den, weil ich doch nie. Okay. Drei, zwei, eins, let it. Oh, das war... Fehlstart, Fehlstart. Ich war abgelaufen. Fehlstart, ich will Wiederholung. Weil ich das weitergekommen. Du hast mir eine Arena aus. Das war unfair. Okay, letztes Beyblade. Nimm es. Beyblade. Mein Girlman. Zwei, eins, let it. Das ist gut, wenn mein Beyblade nur nicht so groß wäre. Ich kidding. Ich will mich noch nicht wollen, ich will mich ihm nur ab. Hau ab. Komm, dreib ich andersrum, Kesha. Wer hat zu Corinna Rache. Du sollst ihn nicht einfach machen. Das könnte was werden. Oder auch nicht. Oder auch nicht, ja. Nein. Ja. Kescher, Kescher, nein, nein, Kescher. Scheiße. Nein, Gannon, halt noch ein bisschen. Verdammt, Dazt. Yeah. Okay, damit wird Teil 1 abgeschlossen. Welche Art von Beyblade sind die besseren? Natürlich die neuen. Aber welches von denen? Ich habe, beziehungsweise Matze hat, ist auch das Beste. Jetzt werde ich nämlich mit meinen antreten, Matze mit seinen. Und wir machen was ganz Neues, da wir sonst eine ungerade Zahl haben. Wir nehmen einen Verlierer wieder mit rein. Und es wird sein, lass liegen. Ich ertaste es mir. Ich ertaste es mir. Okay, ich mache die Augen zu. Du, Matze, halt mal. Mit geschlossenen Augen kann man schlafen. Ja. Hau zu. Nein, 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 nein. Welches habe ich? Yeah, du. Trinkgezäcker. Ja, geil. Ja, die anderen hast du auch beide weggemacht. Ja, die anderen hast du auch beide weggemacht.